Oje, das wird ein chaotischer Part. Willkommen zu einem neuen Part von New World Super Mario Bros. Wii. Heute mit Verstärkung, Randy! Yay. Ja, aber mir ist eines aufgefallen, wir haben ein Level nicht beendet im letzten Part. Und was ich dir noch zeigen will, Randy. Oh nein. Es gibt eine kleine Erneuerung. Und zwar hier gibt es einen Shop. Ich wollte jetzt gerade sagen, das ist bestimmt von Super Mario Bros. sein, wo du einfach irgendwelche Truhen aufmachen musst. Scheint wohl doch nicht so zu sein. Genau. Und jetzt sind wir in Springwater Swamp. 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 Swap. Swag. Du bist kein Swag. Du bist so... Oh, das wird lustig. Mario! Nicht so schnell, Randy! Du hast ein Power-Up! Nein! Dein Speed One ist so schön... Moment doch. Nein! Ich schwör's... Fuck! Mit dir spiel ich nie wieder. Du bist so blöd. Ich wollte einen Speed One legen. Aber es hat gut ausgesehen. Es hat gut ausgesehen. Ja, okay. Dann muss ich aber auch mitrennen. Das musst du mir nächstes Mal sagen. Was solltest du... Was solltest du... Scheißegal. Forrest? Wo bist du? Ich bin hier, Forrest. Yeah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist was... Na du... Gerade der Uhr am Lohntzer rumscht. Ich mache Speed One. Blah blah blah! Den hab ich jetzt nicht gesehen. Jetzt blickst du dafür. Ja, als Blume, weil du so schlecht bist. Jetzt hat sie mich im Blume! Nein! Lass mal die Blume! Nein! Reddy! Ich bin nicht tot! Ich bin nicht tot! Schwimm, schwimm, schwimm! Schwimm! Ich bin tot! Ich bin tot! Oh Gott, Reddy, mit dir spiel ich nie wieder. Du bist so schlecht. Du bist so schlecht, Reddy! Eigentlich wollten wir das Level genießen und nicht speedrunnen. Das habe ich nie im Leben gesehen und ich habe nicht eine Sternmünze gesammelt. Wir sind solche Opfer. Wer braucht schon Sternmünzen, wenn man Speedrunenskills hat? Ich weiß nicht. Oh Gott. Wieso bin ich nicht mit dem Mapmenü? Du bist einfach unnötig. Jetzt kommt der Timber Tower, das erste Castel. Werden wir alle zu Bienen? Was sagst du eigentlich zur Musik? Wtf? Kommst du? Ja, ich komme. Die Musik ist eigen. Also, ich weiß nicht, was hältst du davon? Ich lege. Wtf? Oh mein Gott, ich habe dich nicht gesehen. Schnell hoch. Ich habe dich gerettet. Nein, rett dich! Nein! Oh Gott, du bist nicht tot. Ich wollte eigentlich gerade Wallchamps machen, aber ich habe gemerkt, das ging nicht. Nein, mein Pilz. Du verdammter Bastard. Vorsicht! Vorsicht! Er braucht schon Vorsicht an, weil der Speedrunenskills hat. Ich werde zu mir nicht sagen. Komm und schnapp sie dir auf. Bleib stehen, Randy. Oder genau, kletter hoch, das ist noch besser. Oh, ich weiß, das ist... Hoppala! 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 Randy, du bist ja ein Genie! Oh oh. I believe I can fly. Ich habe die Linse. I can touch the sky. Nein, ich hatte die doch noch keine... Ich hatte doch noch die Wage in meiner Hand. Warte mal, ein Podium. Nee, ich lasse dich jetzt eiskalt in der Pupoblase. Randy, übrigens, du hast nur noch ein einziges One-Up. Pass auf. Pass auf. Oder du sammelst jetzt noch schnell, zügig. Ah, ich kann auch wieder klopfen. Uh, das war knapp. Tschüss. Ich habe ihn weggeklopft. Wie eine Schlampe. Ich rette dich, Randy. Sammel lieber Minzen, man, sonst bist du am Arsch. Aber das mit den Waden, das ist eine geile Idee, muss man sagen. Randy scheint unbeeindruckt zu bleiben. Ist doch was. Ah. Yeah, ich bin voll der... Hey, ich habe den Mon abgekriegt. Yeah, und jetzt kommen wir zum Boss. Jetzt zeige ich ihm schon, wie man den Boss richtig fertig macht. Den mache ich so fertig, du. Hä? Wir hatten aber niemals einen Fass hier, das geht noch. So kann ich... Ist doch gut. Nee, die sind... Ich mache ihn fertig. Ich mache ihn fertig. Ja, komm her. Wie nehme ich diesen Scheiß auf? Hallo. Ich fürchte, wir können ihn nicht besiegen. Dann bin ich bescheuert. Geht's noch? Ich kann auch keine Stampfattacke drauf machen. Nicht. Wieso puste ich mich immer in Blase? What the fuck? Na ja, von ihm kann man ja auch nicht, bitte reden. Wieso drückst du immer A? Wie geht der? Darf ich vorstellen, wie der Charom... Der Charom sieht eine hoffnungsvolle Taktik, indem man A drückt. Wie geht der? Du musst doch eindeutig diese Dinger nehmen. Aber wie nehme ich denn die? Werden wir jetzt schon bei dem ersten Boss scheitern? Ich fürchte schon. Oh mein Gott. Schande über uns. Echt Schande. Die Feuerwehr scheinen wohl auch ineffektiv zu sein. Ja. Ich dachte, du hilfst mir. Aber dann habe ich doch einen Feuerball ins Knie bekommen. Ich war einmal im Tor, dann bekam ich einen Feier ins Knie. Geil, wir sind in den selben Gegner reingesprungen. Ist das nicht toll, Leute? Geh mal, wir sind weg, Charom. Fuck. Nein, Reddy! Geh nicht höher! Ich weiß nicht, wie ich das in den Kommentaren habe. Und in solchen Momenten drückt Charom nicht A. Wie geht der Boss, verdammt? Ich kann dieses Ding nicht nehmen. Selbstmord! Reddy, jetzt kannst du mir nicht mehr helfen, gell? Fuck, ich bin wirklich gestorben. Viel Spaß, Charom. Ich muss überlegen. Go Fuzzy! Mach ich fertig. Drück nicht A. Ich habe im selben Moment gesagt, drück nicht A. Was macht mein Bruder? Er drückt Y! Y! Du kannst mit dem Dinger drü... spielen? Ja. Das ist gemein! Ich wollte auch... Du musst dich mal neu sein, kaufen noch. Nach der Mütze-Control. Aber wie viel kosten? Die sind teuer, oder? 40 Euro. Ja, das sind teuer. Pfff, den schwarzen Motorrad nennen, das scheint 25 gekostet. Wer hat die Fresse? Wer hat nicht bezahlt. Ich will den Boss jetzt besiegen! Wie geht das? Ich werde eine Löse finden, Charom. Ich helfe dir auch. Danke, Charom! Äh! 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 Bleib mir allein! Die stupid Kugels! Danke, Randy! Oh! Ey! Wieso habe ich dich denn jetzt nicht getroffen? Kommst du? Oh Gott! Du bist so eine starre Lüse! Hörst du mich nicht schreien? Ja, du kannst schreien wie du willst, aber wie zur Hölle... Ja, wenn ich jetzt auch noch Robo blase, drücken wir einmal wieder ein Game Over. Ach, Randy! Hallo! Da bist du ja! Na also... Aber wie geht das? Guck mal, ich kann mich bewegen! Du brauchst in der Katze, ich nicht. Ich kann mich bewegen. Wie ist denn überhaupt da Waben? Keine... Wie hast du das jetzt gemacht? Eins gedrückt gehalten und geschüttelt. Geschüttelt. Ja okay, du machst ihn fertig. Das kann ich irgendwie nicht. Nein! Ja genau, und einen Wirbel musst machen. Du musst eins gedrückt halten und drücken. Du darfst nicht springen. Du musst... Ich springe aber automatisch. Geh mir weg. Nein! Du darfst nicht sterben. Ich kann nämlich nicht wirbeln. Ich kann damit nicht schütteln. Bin ich für uns einzigste hoffen. Ich versuch schon... Warte, oder? Ich muss es tatsächlich mit den anderen Klicks mehr machen. Weil ich es nicht schaffe. Ich habe ein bisschen. Ja toll. Zweitens Kato probiere ich. Schütteln wie wild. Wie so ein Geistesgestörter und... Das wird nichts. Okay. Danke, Randy! Ich frag mich nur, wie ich es ohne dich geschafft haben soll. Und ich frag mich schon, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Wie lange wird's? Ich glaube, wir machen noch zwei Level. Fuzzy Canyon! Aber warum sehe ich keine Fuzzies? Fuzzies, Fuzzies, Fuzzies. Geh weg, den will ich haben. Und ich gucke einfach nur zu und gebe Scheiß drauf. I'm just sitting there, masturbating. Glaubst du das nicht, was Spiderman? I'm just sitting there masturbating. Los, Randy! I break both of my arms and I'm just sitting here. Ach, jetzt weiß ich auch, warum es Fuzzy heißt. Nimm das rum. Nein! Nein. Jetzt werde ich eigentlich heimst. Wo bin ich? So, jetzt haben wir uns gerettet. Und zack. Du bist echt ein hoffnungsloser Fall, Randy McDowell. Geh mir aus dem Weg. Die will ich haben. Yes! Ich hab sie gekriegt und du nicht. Die will ich haben. Nee, die kriegst du nicht. Nein! Nimm die obere dran und du nicht. Nein, 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 nein. Okay, cool. Alles cool. Ich hab's einen Griff und ich bin weiter als Jerome. Ja, was hab ich gemacht? What the fuck? Okay, ganz cool bleiben. Kalle, Kalle, wir sind echt Noobs. Yeah! Yeah! Fertig! Nein, ich schaff's rüber. Ich schaff's rüber. Okay, ich hab's geschafft. Übrigens, für die Aufklärung. Ich bin ja Mario und mein Brüderchen ist tot. Ich mach den Schuhle Tat! Ich bin der Goldene Tat! Ich bin der Goldene Tat! Ich bin der Schuhle Tat! Ich bin der Schuhle Tat! Brandy! Und so meine lieben Freunde, zerstört man eine Ponte. Nein! Oh! Oh! Da hab ich mich fast runtergestoßen! So, jetzt häng ich meinem Bruder ab. Nein! Nein! Yes! Brandy, du bist so schlecht. Du brauchst mal echt mehr One-Oves. Nein, ich bin nicht schlecht. Du bist schlecht. Bist du dir die Dineshue oder Tat? Nein! Ich bin nicht der Schuhle Tat, ich bin der Goldene Tat! Der Goldene Tat! Na, Randy, was sagst du jetzt über den Heck so? Das ist ein Heck? Ja, das ist ein Heck. Ich dachte, das sei so originales Spiel. Du bist ein Pfosten. Ja, du sagst auch nichts. Selber Pfosten. So, jetzt hast du deine Fluchkämpie verboten. Nein! Verflucht soll Scherrom sein. Moment, warte! Da oben war was! Das hast du jetzt davon. Warte! Ich war geschwunden. Ja, toll. Da bringt jetzt meine Fluchkämpie echt viel unter Wasser. Jetzt geht's wieder Ruhe! Nein! Nein! Ich kann nichts entkommen! Nein! Oh, oh! Oh, Pinguin! 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 Ich hab den Pinguin, die macht das mein! Also, da kann voll der Schwimmen, gell? Nein! Nein! Fertig! Come play the shit out of you! BAM BAM! Schieb mich nicht bitte in die Fluch! BAM BAM BAM! Wir machen dich alle fertig hier! Ich hab die Macht, und ihr seid alle nur hässige kleine Filmen. Nein! Jetzt bist du nur noch ein Goldner Tarts! Vielleicht hast du ja wieder Glück hier. Wenn ich dem Video... PEGWIN! PEGWIN! GEMACHT ES WEDER, MAN! Ach, sei mit mir. Speedrun! 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 Du hast mich grad aufgehalten. Speedrun! Ich räche mich noch irgendwann. Alter ey, die Levels sind gar nicht so... Moment! Nein! Da hätten wir runtergehen können! 100%! Wir gehen weiter! Wir gehen weiter! Jetzt hab ich meinen Pinguin verloren wegen. Nein, ich nicht. Because of you, I lost my Pinguinanzug. Because of you, you're making my life worse than it ever was. Das war ein Liebeslied an Dichte zum Geld, dass du mein Leben schlimmer machst als es schon ist. Ich bin so gut! Ja, du bist echt gut, hey. Ich hab 200 Punkte. Man braucht schon eine Hab, wenn man 200 Punkte haben kann. Hab ich dir schon gesagt, dass dein Tod schwuler aussieht in dem richtigen Pinguinanzug? Gar nicht mal! Ich bin ja auch gar nicht so geil. Oh, was wir in der Löse haben, ist schon jetzt hier oben und unten. Moment, ist 100% ein Secret Exit. Okay, gehen wir mal. Gucken wir mal, oder? Willst du gucken? Gehen wir gucken. Wenn wir uns schon ringscheiden können. Du willst doch nur den Pinguinanzug wieder aufgehalten. Nee, aber warte mal, da war doch was. Oder? Den nehm ich nicht. Den nehm ich jetzt, warte mal. Nicht runter! Nein! 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 Nicht runter! Wir können ja Exit machen. Du gehst Exit, ich schlösele. Wenn du jetzt nochmal runter gehst, weiß ich nicht. Ich hoffe, das hat jeder gehört. Ich gehe zur Polizei und werde dir dieses Video zeigen. Bitchlap! Die Schlösele, wenn du jetzt nochmal runter gehst, dann kriegst du zwei Bitchlaps von dir. Nein! Ich glaube, ich gehe runter. Wenn du runter... Das wollen wir dich jetzt echt nennen! Du wolltest das, nicht? Du bist eine... Weißt du eigentlich, dass du eine Wichskartoffel bist? Ich weiß nicht. Wie lange willst du da rein? Bis wir das jetzt nicht gekriegt haben. Leute, ich glaube es ist besser, wenn er nicht mehr dabei ist. Oh, ich habe mein Pinguin... Yeah! Ich habe mein Pinguin dazu wieder. Gehen wir aus dem Weg, du Lappen. So, weg von der Röhre. Weg von der Röhre. Moment, die Fässer waren gerade eben nicht da. Ich glaube, ich gehe in die Röhre hinein. Dann kommen wir nicht hin. Ja, runter. Jetzt darf ich runter. Wow! Ey, wir sind wieder am Anfang. What the fuck? Was hat mir das jetzt gepackt? Nein! Was machst du? Ich werde sterben! Siehst du das nicht? Randy, wir kriegen gleich da drüben wieder einen Pinguinanzug. Nein, das kriegen wir nicht. Wir gehen weiter. Pinguinanzug. Alter, ich gehe an den Pinguinanzug. Das sind goldene Plumpass. Ich gehe an wie so ein Tampon, hey. Goldene Plumpass. Tschüss. Wir müssen den, ähm, den einen Weg finden zu der Röhre, wo dann die Musche runter sinkt. So haben wir da auch mal nebenbei Münzen einen, finde ich. Du bist so schlecht. Du brauchst schon Münzen, wenn ich 200... Du bist so schlecht. Scheiße, darf ich sogar gekriegt werden. Du brauchst nicht da schon Münzen. Mach mal, oben ist auch was. Das sieht so verdächtig aus. So. Ich bin ein Genie. Holy Jesus Christ. Schau rum. Ich brauch deine Hilfe. Los, Randy. Los. Los. Hilf mir. Du bist ein schlechter Bruder. Du bist ein schlechter Bruder. Du bist ein schlechter Bruder. Was machst du? Da ist doch nichts mehr. Nein, mein Anzug ging dafür verloren. Nein. Ja, toll. Jetzt sind wir wieder wie so... Jetzt sind wir voll die Kackbrunzen und Rosse. Du willst. Deswegen, meine lieben Leute, gehe ich nie in Freibäter. So. Warte mal. Und jetzt da drüben kommt gleich eine Röhre, wo wir ganz zügig durch müssen. Und zwar hier. Hier. Runter. Runter. Bevor die Muschel kommt. Geh runter. Okay. Das hast du gut gemacht, Randy. Ah. Da kommt sie gleich hoch. Okay. Damit haben wir schon zwei Stellen. Da ist ein Power-Schalter in der Muschel. Ich werde ihn aktivieren. Hast du das gesehen? Ich bin heiß kalt abgekratzt. Was haben denn meine Münzen? Nein! Und mich hier raus aus der Blase. Verdammt. Bestimmt nicht. Nein. Okay. Und jetzt beenden wir das Level. Und machen noch ein Level. Wir machen jetzt noch ein Level. Okay. Ist mir scheißegal, ob das jetzt 30 Minuten hat. Das eine Level machen wir noch. Boah, bin ich schlecht, ey. Und jetzt versuch mal auslaufweise die Spitze zu erreichen. Perfekt. Und damit gehen wir in das nächste Level. Fuck. Also irgendwie, das muss ich mir nochmal angucken. Ich weiß nicht, ob es da ein Siebel Exit gab oder nicht. Da sind wir einfach nur unglaublich schlecht, habe ich das Gefühl. Oh Gott, ich glaube ich kann das Level. Randy, da musst du rennen. Okay, no, es geht. Nee, warte mal. Du musst nicht rennen. Das gibt Dinge, du darfst nicht aktivieren, aber es gibt Dinge, die es sollst aktivieren. Warte mal, du weißt, welche ich jetzt aktivieren darf und welche nicht. Da war doch was. Was? Ich verjuckt mich ein Scheißdreck. Ach so. Ach so. Warte mal, was ist da oben da oben? Das ist eine ganz komische Rolle. Die gefällt mir nicht. Mir gefällt der Piranha nicht. Ich mach dich fertig. Du. Du machst dich fertig. Du machst dich fertig. Oh oh. Drück drauf. Oh. Ja, toll. Ich kann es nicht aus. Ich habe keine Kippfunktion. Mach mal. Nein. Ich will nicht sterben. Ich mach so rum drauf. Ich habe, das ist so doof mit dem Wii U Pro. Ich sag dazu nichts mehr. Du bist gefeuert. 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 Du bist sowas von gefeuert. Tschüss. Okay, ne, normal darf ich mich darüber gar nicht beschweren. Ich habe manchmal auch einiges vor Frage. Jetzt traue dir gerne. Ja, wenn jetzt die Röhre kommt. Äh, ich meine die Kugel. Ah, sie kommt nicht. Mach mal doch. Vielleicht kommst du doch. Nee, komm nicht. Der muss noch einen Schalter dringen. Die kommen nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Das hast du gut gemacht, Henni. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich bin auch stolz auf dich. Jetzt freu ich das. Ich bin heute ja fertig. Oh, ich wollte sie gerade fertig machen mit meinem Panzer. Du würdest mich verspielen mit meinem Panzer. Nein! Ach man. Ich verreckte immer. Und du hast gesagt, ich sei schlecht. Ja, jetzt wegen dir. Du bist schuld. Ich wollte den drücken. Hey, wir sind im selben Moment reingekommen. Ne, nicht ganz. Ein bisschen. Okay. Ich werde das hinkriegen. Du wirst das Kind schaukeln. Hoplas. Junge, Junge. Es tut mir leid. Es tut mir halbwegs leid. Okay? Aber nur halbwegs. Ich habe das Gefühl, irgendwas haben wir wieder verpasst. Ja. Ja. Ich habe auch wieder meine Feuerkraft. Ja. Mal sehen, wie lange du diese Wildheit haben willst. Ja. Jetzt haben wir bestimmt 25 Minuten, wenn wir das noch gut gemacht haben. Jetzt hätte ich fast den selben Fehler gemacht wie du. Ich bin schon mit reißen, gell? Die Piranha-Pflanzen gefallen mir nicht. Kannst du mitnehmen, ja. Abstellen. Oder vielleicht so, genau. Die nämlich. Dankeschön. Das wird ne Treppe! Nein! Okay, hast du geschafft. Alles cool, alles cool. Und ich denke, damit beenden wir den zweiten Part von New World Super Mario Bros. Wii. Ich denke, renn wir mit dem nächsten Part nicht mehr dabei sein. Denn was haben die? Ah, der ganze Tat wird sehr arg vermisst. Vielleicht kommen wir mal in den nächsten Lieder dran. Also Leute, bis dann. Ich bin was Besonderes. Bist du fertig? Ich bin fertig.